Hallo meine liebe Leute, seid ganz herzlich willkommen hier bei der Liga DAG. Wir befinden uns gerade hier in Diamond City und ich möchte mit euch hier den Raw Home Run kurz laufen. Unten hier die erste Anfangsplattform, sag ich mal. Wir laufen jetzt hier rechts lang zu der ersten Plattform, um den Hauban Erfolg zu bekommen. Da ist der erste Strich auch drauf, hier rüber. Und jetzt hier einfach gerade rüber über dieses Gestell hier zur zweiten Plattform. Da auch der zweite Strich drauf, hier durch das Tor jetzt hier durch. Einfach weiter laufen. Auf uns kommt nochmal die dritte Plattform. Genau da. Und jetzt laufen wir mal wieder zum Anfangspunkt zurück. Hier durch. Durch den kleinen Tunnel, sag ich mal. Jetzt laufen wir hier und dann müsste der Erfolg kommen. Ich glaube, ja. Da ist er. Voll geil. Home Run. Du hast alle drauf herhalten. Das war der Home Run hier in Diamond City von Mehr den Day Day von der Liga DAG. Ciao. 2 2 3 Fr attacked 4 path 5 4 6 6 10 Vielen Dank.